Kat-Baloo Also was ist nun? Dauern behauptet ihr, dass ihr mich gern habt. Und jeder sagt, keine Angstkette, ich lasse die schon nicht im Stich. Kaum bitte ich euch, um die kleine Gefälligkeit, so einen lächerlichen Zug zu berauben, schon kneift ihr. Ihr Feiglinge, ihr Blindgänger! Ein feiger Indianer, ein besoffener Revolverheld, ein idiotischer Schürzenjäger und ein Onkel. In toller Gesellschaft. Lee Marvin, als Revolverheld, der immer geladen hat. Michael Kellen, der Draufgänger, wo nicht geschossen wird. Dwayne Hickman, der Onkel mit dem guten Buch. Tom Mardini, die tapfere Rothaut. Ned King Cole, Stubby Kane. Jane Fonda, als Kat Bellew, der weibliche Zugräuber. So, und Sie machen jetzt den Safe auf. Dauern. Los los, Freundchen, aufmachen! Was ist denn hier los? Er macht den Safe nicht auf, er sagt, lieber will er sterben. Stimmt das, Mister? Allerdings. Sieben links, 22 rechts, 14 links. Juhu! Los, Mann, spring! Du hast mehr! Springern, sag ich! Juhu! 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 Schaff sie weg von hier! Verschwinde! Los, lass, lass mich los! Nehmt ihr den Revolver weg! Lassen Sie doch den Unsinn! Juhu! Ihr werdet mich nicht zum Weinen bringen! Aber ihr werdet teuer bezahlen! Mancher Traum, der heut noch weint, wird in Erfüllung gehen! Sie lächelt mild wie ein Engel Und weckt in dir Zweifel Doch kehlt dieser Engel Und beißt wie der Teufel Und ist ein Mensch wie ich und du Soll das vielleicht ein komischer Film sein? Und wie, den muss man gesehen haben!